Tatsumaki ist ein Esper, also jemand mit paranormalen Fähigkeiten wie Telekinese und ähnliches. Zudem ist sie die Schwester und selbsternannte Lehrerin von Fubuki. Die zwei Geschwister sind auch bekannt als die psychischen Schwestern. Zudem ist sie aktuell eine der einzigen die Saitamas wahre Kraft kennt. Da sie im Webcomic schon gegen ihn gekämpft hat. Tatsumaki ist eine zierliche junge Frau, welche deutlich jünger aussieht als sie eigentlich ist. Denn wie der Erwarten ist sie schon 28 Jahre alt. Ihre grünen Augen passen perfekt zu ihrer grünen Haarfarbe. Und ihr Kleiderstil ist düster, aber doch sexy, vor allem mit ihren Beinchen. Leider kann man das von ihrer Persönlichkeit nicht behaupten. Sie ist nämlich recht harsch, meckert und beleidigt ständig alle. Sie selbst hasst es ja, wenn man sie als Gurt bezeichnet und ich würde mich das nicht trauen aufgrund ihrer Fähigkeiten. Trotz ihrer arroganten Art sieht sie es aber als ihre Pflicht Monster zu besiegen und akzeptiert deshalb jede Anfrage der Hero Association. Interessant ist auch, sie wird recht schnell gelangweilt und deshalb hat sie es sich zum Hobby gemacht auch in ihre Freizeit Monster zu besiegen. Ihrer Schwester gegenüber ist sie extrem überfürsorglich. Was so weit geht, dass man behaupten kann, sie kontrolliert sie wirklich strikt und bestimmt was sie tun darf und was nicht. Sie ist auch sehr eingebildet was ihre Kraft angeht. Sie ist der Meinung, dass niemand existiert, der sie at full power besiegen kann. Im Webcomic kämpfte sie ja mal gegen Garou, welcher irgendwann ihre Fähigkeiten durchschaute und alle ihre Attacken abwehrte. Selbst da behauptete sie, sie könnte Garou in 5 Sekunden besiegen, wenn sie all out gehen würde. Selbst als sie im Webcomic verzweifelt versuchte Saitama zu besiegen, wo sie absolut keine Chance hatte, behauptete sie trotzdem sie wäre viel stärker als er. Fubuki erklärte uns, dass dies daher kommt, dass sie in ihrem Alltag niemanden bisher getroffen hatte, der stärker war als sie. Tatsumaki ist jemand, die ihre Kräfte nutzt unabhängig der Situation. Ihr ist es egal, ob sie mit ihren Kräften Erdbeben oder ähnliches verursacht und dabei Menschenleben gefährdet oder Städte zerstört. Ihr Vertrauen in ihre Fähigkeiten zusammen mit einem Trauma das sie erlebte, machte Tatsumaki so, dass sie sich nur auf sich selbst verlässt. Das geht sogar so weit, dass sie Sachen wie Freundschaft oder Bindungen für Sachen hält, die keinen Wert haben. Sie wollte sogar jegliche Kontakte und Freunde von Fubuki aus ihrem Leben canceln, weil sie diese Parasiten dafür verantwortlich machte, dass Fubuki ihre Kräfte nur so langsam steigert. Trotz ihrer Vergangenheit und der schrecklichen Dinge, die sie erlebt hat, wurde sie ein Held und beschützt der andere. Sie ist sozial etwas awkward, aber hin und wieder kommt auch sie mal mit wem zurecht. Und immerhin sie liebt ihre Schwester. Genau deshalb möchte Tatsumaki auch, dass Fubuki stärker wird um jedes Mittel. Das ist so schlimm, dass sie nicht mal interessiert, wenn Fubuki gegen etwas ist. Als Kind dachte Tatsumaki, dass sie die coolere von beiden ist, da Fubuki immer mit ihr spielte. Doch das lag eigentlich nur daran, dass die Kinder in der Nachbarschaft Angst vor Tatsumaki hatten und sie somit auch Fubuki meideten. Tatsumaki war es nämlich verboten Kontakt mit ihrer Familie zu haben oder der Außenwelt, nachdem sie entführt wurde und deshalb wurde sie so überfürsorglich mit ihrer Schwester. Tatsumaki stolz bringt sie zum Denken, dass sie Fubuki eine gute Schwester ist, doch bemerkt nicht, dass sie mit ihren Aktionen Tatsumaki immer weiter von sich wegdrängt. In ihrer Vergangenheit wurde sie mal entführt und konnte nichts tun, bis Number One Hero Blast kam und sie rettete und zu ihr sagte, sie dürfe sich nicht immer auf andere verlassen, sondern nur auf ihre eigene Stärke. Auch das ist ein Grund, wieso ihr Charakter so eine seltsame Persönlichkeit hat. Als zweite der S-Class Heroes ist sie extrem stark und sogar die stärkste Espo, die es gibt. Selbst Darkshine erzählte Garu, dass wenn er Tatsumaki in seiner Pre-Monster-Form bekämpfte, würde er sofort verlieren. Sie beherrscht Psychokinese und kann somit alles und jeden bewegen, egal wie schwer ein Gegenstand ist, rein durch ihre Gedanken. Sie kann die Psychokinese aber auch auf sich selbst anwenden und somit mit Hyperspeed durch die Gegend reisen. Murata sagte mal, dass Tatsumaki ohne Probleme City Z in die Luft heben könnte. Mit ihren psychokinetischen Kräften weiß sie immer, wenn Fubuki in Gefahr steckt. Zudem beherrscht sie eine psychische Barriere, welche extrem stark ist und ihre Defensive stärkt. Sie war damit in der Lage eine Full Power Attacke von Homeless Emperor zu blocken und überlebte mehrere Attacken von Dragon Level Monstern, während sie bewusstlos war. Desweiteren kann sie das Chi vom Menschen so stören, dass diese sich nicht mehr bewegen können oder sich zumindest schlecht fühlen. Jedoch ist diese Fähigkeit nutzlos gegen Leute mit einer starken Willenskraft. Tatsumaki ist nicht dumm und hat sich sogar gegen Attacken von anderen S-Bahn gewappnet. So kann sie einen psychokinetischen Sturm um sich herum erscheinen lassen, welche andere psychokinetische Fähigkeiten abwehrt. Zudem kann sie die Kräfte von anderen S-Bahn unterdrücken. Und ihre wohl wichtigste Fähigkeit ist der Psychic Remote, wo sie nur mit ihren Gedanken das Fernsehprogramm wechseln kann. Ihre Reflexe sind sehr gut, da sie selbst Raketen von Boroschiff umlenken konnte, welche ja mit einem immensen Speed fliegen. Zudem ist sie recht belastbar, trotz seiner großen Kopfwunde blieb sie bei Bewusstsein. Die Hero Association bewertet ja die Helden nach einzelnen Kategorien. Ausdauer, Intelligenz, Gerechtigkeit, Sinn, Kraft, Popularität, Effektivität und Kampfstil. Dabei hat Tatsumaki ein Power Level von 65 Punkten. One hat mal gesagt, dass at Full Power sie hätte Golden Sperm sogar besiegt, welcher mit Evolve Garo mithalten konnte. Zudem sagte One, dass Tatsumaki normalerweise stärker ist als Mob der Protagonist von Wons neuestem Werk, Mob Psycho 100. Doch er wäre sich da nicht so sicher dabei, was passiert, wenn Mob richtig ernst macht. Wenn wir schon bei Mob Psycho 100 sind, auch da hatte Tatsumaki einen Auftritt in Kapitel 8, als diese erklärte, was essbar sind. Nun mal ein paar weitere Fun Facts. Tatsumaki liebt kandierte Äpfel, hat aber Angst vor Geistern wegen eines Vorfalls mit Saitama. Viele Leute glauben ja immer, Tatsumaki würde kein Höschen tragen unter ihrem Kleid. Aber Murata sagte einmal, dass sie immer ein weißes Höschen an hätte. Selbst das Studio Madhouse fragte Murata dann einmal, ob Tatsumaki wirklich ein Höschen tragen würde. Murata beantwortete die Frage mit ja. Doch Madhouse glaubte das ganze nicht ganz. Vermutlich aufgrund von Folge 10, wo diese Szene auftauchte. Aber hey, vielleicht trägt sie ja auch einfach nur einen Seastring. Laut Murata ist Geryu Ganshub besser darin Objekte fliegen zu lassen, da er die Reibung des Flugobjektes kontrollieren kann. Tatsumaki kann zwar Gegenstände genauso stark und schnell fliegen lassen wie er, aber dadurch dass sie die Reibung nicht kontrollieren kann, würden ihre Objekte einfach kaputt gehen, bei Highspeed fliegen aufgrund der Hitze und der Reibung. Laut Murata würde wenn Tatsumaki ein realer Mensch wäre, sie vermutlich aus Frankreich stammen. Das Animationsteam des Animes hat eine Intention von One leider etwas missverstanden. Beim Kampf gegen den Ancient King. One wollte eigentlich nur, dass ein Felsblöck auf den Ancient King fällt und dieser kurz davor einen Flashback bekommt, wie seine Rasse von einem Meteor ausgelöscht wurde. Das Animationsteam hat stattdessen Tatsumaki einen tatsächlichen Meteor auf den Ancient King fallen lassen. Das Problem? Murata sagte, wenn sie das könne, hätte sie doch auch einfach Boris Schilf abstürzen lassen können. Tatsumaki ist auf jeden Fall ein interessanter Charakter und mal schauen wie sie sich in der weiteren Story entwickeln wird. Ich denke, dass sie irgendwann eine richtige Bindung zu Saitama aufbauen wird und ihn wirklich als Freund bezeichnen kann. Auch kampfmäßig wird sie uns sicherlich noch einiges vorzuweisen haben. Das war mein kleines Video zu Tatsumaki dem Tornado des Terrors. Ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja zeigt es mir doch mit einem Like für das Video und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt freue ich mich sehr über ein Abo von euch. Im nächsten Video widmen wir uns dann Bang Silverfang, Nummer 3 der S-Class Heroes und der Lehre von Garou. Wie immer wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao!